Ihr wisst Bescheid, ihr wisst, was hier los ist, oder? Wenn hier die ganzen Sachen rumstehen, dann hat es sicherlich seinen Grund. Ich weiß, er wartet von mir wie jedes Jahr ein Weihnachtsangebot. Und dieses Weihnachtsangebot gibt es auch dieses Jahr, wie jedes Jahr. Und jetzt Ohrenspitzen, Freunde, und aufpassen. Alles, was es hier gibt. Also nicht nur das, was hier steht, alles, was da draußen ist, die ganzen Regale, was da draußen stehen, alles, was da drin ist, Nahrungsergänzungen, gibt es im Webshop und hier im Ladengeschäft bis einschließlich 31.12.2017. Im Webshop bis 23 Uhr, äh, 23 Uhr, doch 23, nicht 24, 23 Uhr und 59 Sekunden gibt es hier 25% Rabatt. Ab 30 Euro zahlt ihr überhaupt keine Versandkosten. Das bedeutet für euch zuschlagen, oder euch nachher ärgern, dass ihr es vergessen habt. Könnt ihr euch auch machen. Und ansonsten könnt ihr uns auch hier gerne besuchen im Shop. Wir sind bis einschließlich 22.12.2017 hier. Nachmittags 15 bis 19 Uhr könnt ihr hier aufschlagen. Und dann könnt ihr mitnehmen, Freunde. 25% Rabatt auf alle Nahrungsergänzungen. Alles, was wir da haben. Wir haben ein Regal draußen, circa, Ware für, ja, knapp 10.000 Euro stehen. Also, ihr braucht keine Angst haben, dass nichts mehr da ist, wenn er frühzeitig kommt. So, ihr Lieben, das war's. Sonderangebot, Weihnachtsrabatt. Jedes Jahr, das Christkindchen kommt in Form von Mr. Tee, Nikolaus in Form von Mr. Tee. Weihnachtsrabatt. 25%. Also, Freunde, zugreifen.